hier haben wir ein schöner prinz gelandestabler hollands fabrikat straßenzulassung hat er schifter 1.2 erhebt circa 1400 kilo so sag mal 1,4 tonnen sieht noch sehr schön aus hat auch erst nur 600 stunden drauf wie gesagt das ist ein shifter so getriebe hat er vier gang so viel vorwärts viel rückwärts schön gemacht einer kopplung kann hier rein kann auch vorne in gabel rein geht es auch kann man trailer hier unter der unter der gummi ist der gewächter ist alles schön verpackt verpackt sehr schön er hat alles bremslicht blinker alles geht alles funktioniert er hebt circa 2 meter 50 hoch so das geht dieser extra hat er auch schon wenn man auf gelande fährt dann fährt er schöner mit gewicht drauf er hat auch noch extra hydraulik drauf so wie rechts auf links geht auch hier mit dieser zwei stück das geht auch noch an bremse side shift hat er auch koppelung blühen die scheibenwässer geht es nicht oder geht es doch muss man hier anmachen das geht das geht das geht geht auf schön Dach drauf Shifter eins zwei drei vier eins vier vorwärts anbremse ab bremsen drückwärts ab bremsen ab bremse mein ne bremsen ab ços ab großart ab die die 2,50 Meter hoch 2,50 Meter hoch 2,50 Meter hoch Alles funktioniert Motorhaube Wunderschöner, Kubota, 3 Zylinder, Diesel Sieht noch super schön aus Hat ja nur 600 Stunden Diesel Tank Luftfilter Lichtmaschine Kühler Sieht noch super aus Das war der mal eben starten Kopplung Glühlen 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 Seite Frag 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020